Während wir über den Norderdeich fahren und die schöne Umgebung genießen, hören wir im Hintergrund das Lied We Shall Overcome. Das Lied stammt aus dem Jahre 1901 in der Bürgerrechtsbewegung in der USA, geschrieben von einem Pfarrer. Passt aber seitdem zu jede schwierige Situation, zu jede Krise, also auch hier. We Shall Overcome übersetzt, wir werden es überwinden. Eines Tages. Und ich glaube tief in meinem Herzen, dass wir das eines Tages schaffen. Wir werden uns die Hände wieder reichen können. Eines Tages. Auch das glaube ich tief in meinem Herzen, dass dieser Tag wieder kommen wird. Und man hat ein Lied dazu gedichtet. Wir haben keine Angst. We are not afraid. Das ist auch ganz wichtig. Wir müssen nicht hysterisch sein, sondern weiterhin so ruhig in unserem schönen Ochsenwerder bleiben. Und tief in unserem Herzen wissen wir, dass diese Zeit auch vorbeigehen wird. Ich wünsche allen eine schöne weitere Frühlingszeit. Wir haben das sehr gut hier in Ochsenwerder auf dem Lande. Wir danken alle, die für uns da sind, damit wir so schön weiterleben können. Und wir wünschen gute Besserung, gutes Zuhause und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. Und bleiben Sie gesund. Wir werden uns überwinden. Wir werden uns überwinden. He shall overcome, so live, oh, deep in my heart I do believe. We shall overcome someday, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, someday someday someday. Amen, oh, deep in my heart I do believe, we shall overcome someday, we shall live in peace. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. And the most important verse was the one they made up in Montgomery, Alabama. He said, we are not afraid. There's a lot of people in this world, they know what's right and what's wrong, but they're not going to do anything about it. Somebody has to be willing to sing, we are not afraid. We are not afraid. Today. 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 Monday. Today. Vielen Dank.